Hallo, mein Name ist Yvonne und ich zeige dir jetzt, wie du ganz einfach den Vorfilterwechsel bei deiner Springtime vornehmen kannst. Das Ganze machst du am besten alle 6 Monate, vielleicht auch ein bisschen eher, je nachdem wie belastet dein Trinkwasser in deiner Region ist. Aber das geht ganz einfach, nämlich so einfach wie das Wechsel einer Glühbirne. Und so geht's. Sobald du den Vorfilter bei Aqualiving geholt hast, bekommst du den hier so geliefert. Ich habe noch mal eine kleine schriftliche Anleitung bei, wie das geht, aber das Video ist ja dafür da, dass du es einfach sehen kannst. Was musst du dafür tun? Als erstes deine Anlage öffnen. Dazu einfach wieder die Klappe lösen, mit den Fingern hier runtergreifen und vorsichtig die Klappe abziehen. Jetzt drehst du den ersten, also den linken Filter, wenn du vor der Anlage stehst, raus. Das ist der Vorfilter, der Aktivkohle- und Segmentfilter. Den drehst du einfach raus und den kannst du jetzt wegschmeißen, weil der ist voll mit Schadstoffen und der gehört jetzt in den Müll. Jetzt drehst du den letzten Filter heraus. Das ist der Keramikfilter. Den musst du ja nie wechseln, aber du tust jetzt an diese Stelle deinen neuen Vorfilter rein. Dazu ziehst du einfach diesen gelben Stöpsel hier ab und drehst den neuen Filter jetzt erstmal an die letzte Stelle. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil jetzt lässt du hier einfach zweimal das Wasser durchlaufen und das hilft dem Gerät zu entlüften. Und jetzt ganz normal hinten Wasser einfüllen in den Tank, Karaffe drunter stellen und auf Start drücken. Das Wasser, was dann hier in der Karaffe ist, wegschütten, die ersten zwei Vorgänge, wenn das dann fertig ist. Nimmst du den Filter hier hinten raus und drehst ihn an seine richtige Position, also dort, wo er dann hin muss, nämlich an erster Stelle. Schön bis zum Anschlag reindrehen, dass auch alles fertig ist. Jetzt nimmst du den Keramikfilter wieder und setzt ihn an seine letzte Position. Deckel drauf, von unten an, dass wieder alles schön zu ist. Graffe drunter, Wasser in den Tank und jetzt kannst du wieder dein frisch gepresstes Wasser genießen. Viel Spaß damit! Ich bin schon eine ganze Weile. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schonmal 52, man. Ich bin schonmal. Und dann geht's. Vielen Dank. verschiedene latch injeren. Neben diamant aufs corang. immer Contract haben automatisch Läume. immer mal mit steht. Oder channel.